war ein richtiger tritt klar alter wir müssen da irgendwie nach oben müssen wir da oben rein ach hier ist eine treppe ich hatte hier noch jemanden Techno alter, der hört wie Techno oder übelsten Metal bei mir liegt der hier ganz normal warum, bei dir jetzt nicht, warum kommst du ne, ich mach das mal an ne, ok guck mal jetzt können wir hier rein, hier waren wir doch schon mal drinnen hä, das ist unser Hauptquartier alter hallo, wir sind zuhause ok, Leute wir sind jetzt hier gerade der gute Crazy ist gerade mal vorgelaufen und hat was markiert ich dachte, ok, du läufst einfach hinterher weil mein Markierungspunkt ist hier ganz in der Nähe der ist allerdings jetzt mittlerweile wieder 140 Meter weit weg dein Markierungspunkt war die Base aber können wir hier übrigens auch gleich abgehen gleich ein das stimmt aber Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, verkackt. Oh, verkackt. Oh, verkackt. Mussten wir jetzt hier rin? Äh, ja. Hier ist einfach nur eine Quest gleich drin. Äh, und auch was zum Abgeben. Geh rein. Wenn da wieder ein Freund da steht... Ach, hier. Die ist immer noch eine Schnapsleiche. Ich wollte aber eigentlich da rein, wo du rein bist. Ob hier noch irgendwas ist? Wir haben ihr doch schon mal Wasser gegeben. Okay. Das ist immer noch dieselbe, ne? Nein. Wir haben doch den Teddy schon mal abgeben. Guck mal, geil. Ich krieg immer 100 RP, wenn ich ihr das gebe. Läuft. Ähm, aber hier ist... Das meine ich hier eigentlich gar nicht. Okay. Es gibt hier irgendwo noch ein... Ein rotes Ausrufezeichen. Wo ist denn das hin? Ach, das... Hä, warum ist das jetzt hier oben? Das ist jetzt da oben. Erzähl Jennifer, dass... Anne in Sicherheit ist. Ah! Die da oben in dem Bungalow war? Ich verstehe. Das ist jetzt hier... Ah ne, die ist aber Kim. Und das ist... Doch, das ist Anne. Ah, die aus dem Bungalow. Das ist schon richtig, dass wir hier nochmal sind. Wo wir, äh... Ende letzte Folge waren, wisst du? Auf diesem Wasserding da. Ja, ja, ja. Wir mussten im Prinzip jetzt nur nochmal bestätigen, dass hier... Anne, die hier drin ist mit dem Teddybären, die in Sicherheit ist. Das war richtig. Okay. Das war richtig. Jetzt will ich kurz mal ganz kurz... Ich bin froh, dass es einfach mal eine Quest war ohne Kisten, Alter. Ja. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier. Ist irgendwo hier, ist irgendwo was. Wow, Alter. 900 Damage gerade. Das war nice. Oh, da kommt hinter dir, ist was hinter dir. Alles klar. Da war der Kopf ab. Die Sichel ist auch schön. Warum habe ich jetzt ein Messer nicht drin? Ich habe ein Messer weniger. Frag mich nicht warum. So. So. So... Hier... Was ist denn... Hier sind ganz viele Totenköpfe irgendwie. Oh ja, die Karte gerade. Der... Der Kripp ist geil. Heyè! Un. Einmal慣le, ich war noch gerade unten beschäftigt, Alter. Ja, hallo Markus. Ein Öffnungsf transformation. Bringe den Transformator wieder zum Laufen. Jetzt müssen wir mal was drauf кор introduction, ist Vaubtier. Ist da überhaupt hier? Ja, das ist hier gar nicht. Die mia Lifeur hier wieder hin. Gehe ich da unten wieder hin. Wollen wir hier unten in der Region jetzt einfach mal bleiben? Müssen wir ja. Ja komm, wir machen hier, wir bleiben mal hier unten. Wir könnten jetzt auch nach oben rennen, aber wir bleiben mal hier unten. Schauen wir uns das Ganze mal an, was wir hier als nächstes. Der Frister, den wollen wir nicht stören. Lalalala, lalalala. Lalalala. Nein! Was Neiße. Schon wieder geworfen, dann nehmen. Wo kommt denn als nächstes eigentlich bei Mitte sicher? Nein, schon wieder. Was ist denn bloß hier? Oder hat man? Blut ist. Kann ich nicht die Reihenfolge ändern mit... Was halt jetzt hier auf einmal? Was sind die sicher da oben? Oh no. Ich hab die zwei gesehen, aber... Ich hab die zwei gesehen, aber ich hab nicht drauf reagiert. Ich dachte, die bleibt da oben. Was ist das hier? Reisklaue-Mod. Nein, 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 nein. Ich geh da nicht wieder... Nö, 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 nö. Du gehst vor, bitte. Du gehst vor. Du gehst vor. Dankeschön. Nein! Geh vor. Danke. Geh vor. Dankeschön. Danke, Avoren. Bist in der Decke. Ah. Geh die doch schon wieder nicht. So geil... Oh! Oh! Ei, 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 ei! Hier, Tür zu, Tür zu, Tür zu, Alter! Okay. Okay. Ich will hier nicht raus. Ich würde sagen... Ah, hier hängt uns noch was. Zack. Jo. Haben wir. Die Dinge kaputt machen? Hier haben wir noch was eingesammelt. Okay, okay. Ich bin hier raus. Ich bin hier raus. Zunächst. Nix. Das ist cool. Wir sind jetzt hier gerade zu. Oh, Alter. Fuck you! Fuck you! Nee, mit der Keule, Alter. Die Keule ist geil. Die war zwar schweineteuer. Ich hab auch kein Geld hier. Scheineteuer? Ja, ja, die nehmen wir hier scheineteuer. Wir sind wieder zurück, ne? Mann, schon wieder hier geworfen! Jetzt haut die doch nicht mal beim ersten Mal um, Alter! So. Das war nach oben. Achso, warte. Map gucken. Ja, wird auch angezeigt. Rotes Ausrufezeichen. Achso, nee. Laufst du mal lieber, aber nicht, dass ich jetzt zu unserem Camp zurücklaufe. Ja, ja. Hier ist nämlich noch was. Was? Hier. Hier drinnen ist was. Ein bisschen da rankommen. Hier. Hier geht's ran. Hallo! Hallo! Willi Tye! Da bist du? Willi Tye! Danni! Okay, Danni. Danni hat Cash. Oh, Cash ist gut. Ich brauch Geld. Ich brauch Geld. Taschenlubber an, Alter. Worm hast du hier kein Licht an, Danni? Danni? Ja, Taschenlubber. Warum schmolter, Danni? Das find ich auch total dumm, ne? Dass ich deine Taschenlubber, wenn du die anhast, nicht sehe, ey. Das ist Realismus. Komm, ich geh jetzt hier wieder raus. So richtig weiß ich noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. So richtig weiß ich noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. So ein paar Folgen haben wir ja mittlerweile jetzt schon gespielt. Ja. Aber so richtig doll... Nein. Ist es nicht. Hält dafür, dass wir eine besoffene Folge machen. Das ist vielleicht wieder krass. Oh, ich hab einen gelben Hammer gerade eingesammelt. Wirklich nicht wissen wo. Gelber Hammer ist, äh... Das Gelb... Nee, Gelb ist ja eigentlich nicht über Lila, oder? Inventar, hier Hammer. Na, Lila ist eigentlich immer Legendary. Oh, nee, der Gelbe ist noch krasser, Alter. Der hat 161 Damage jetzt schon. Oh, die kann man auch hin. Ich hab noch einen geilen Gelben Hammer eingesammelt. Den kann ich auch gleich mal anlegen. Ausrüsten. Für den hier. Zack. Vielleicht den Gelben Hammer. Aber der ist nicht so groß. Der sieht nicht so cool aus wie die andere. Wo bist du? Hat ein bisschen Schiss. Wo bist du hin? An den Buggalo. Da konnte man reingehen. Also weil ich lauf jetzt zurück. Boah, ei, 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 ah! Das ist für dich! Gut, hier ist nichts besonders drinnen, außer nur ein Zombie. Ja, okay. Wir laufen gerade nicht zusammen, das ist auch wie uncool. Ja. Hier ist aber auch was. Ja, weil du auch irgendwie voll gelaufen bist. Wo bist du denn? Ich bin nicht voll gelaufen. Ich bin bei dem Buggalo einfach links gelaufen. Guckt man hier rein in dem? Ja, wir müssen ja eigentlich ganz woanders hin zurück. Hallo. Ja, hier guckt man rein. Kannst du das Auto nicht wegfahren, oder wie? Ich weiß echt nicht, dass wir jetzt wirklich das Auto einfach wegfahren müssen, oder? Ich helfe dir. Das ist kein Problem. Ich helfe dir. Verdammt. Geht das wirklich nicht? Alter, du bist so ein Hornochse. Oh, jetzt ist... Wir sind hier für jetzt. Es ist noch viel zu tun. Viele Leute hier brauchen Hilfe. Geht mit ihnen und sehen, was du tun kannst. Aber irgendwie habe ich jetzt mehr Leben zur Verfügung. Jetzt mehr Leben? Ist doch gut. Nee, okay, es geht jetzt zurück. Aber weißt du, wie weit du weg bist? Knappe 200 Meter. Also 160 Meter. Echt? Hä? Wo bist denn du? Hä? Bist du dich tot, oder wie? Ja, du hast mich umgefahren. Ach so! Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Uh, das tut mir jetzt leid. Das ist echt ein bisschen blöd. Ja, Watcher, du bist... Du bist am Arsch einfach, ne? Du bist einfach am Arsch. Fahre Jessica zum Leuchtturm. Okay. Treffen wir uns bei einem Leuchtturm? Ah, kannst du B drücken? Ist doch geil, wo der jetzt hier ist. Kannst du... In unserem Quartier. Kannst du B drücken? Nein. Und jetzt hier ist es irgendwie mit dem Auto fahren, oder so. Okay, weil mir zeigt das nämlich gerade an. Ne, funktioniert leider nicht. Okay, das heißt, ich komme... Ah, zum Leuchtturm ist ja da oben. Ach, die Scheiße. Komm mal da oben hin. Wird der jetzt hier nicht? Ja, bald ist das ja auch nicht weg. Durch? Ja. Hallo, Zombie. Also, ich bin auf dem Weg zum Leuchtturm. Alter, die Dinger sind aber beschissener zu fahren, als bei Fuckboy. Ja. Jetzt kriegst das auch mal mit. Und du hast halt... Ne mega Kack-Sicht. Also, es ist halt echt... Die Sicht nicht. Oh nein, ich bin... Na, komm, fahr doch, Alter. Was ist nicht hier zum Leuchtturm? Beim Leuchtturm ist das das zweite Ziel gewesen. Was ist nicht hier einmal da oben? Ja, ja, so, 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 so Wendetreppenmäßig nach oben, ja. Und die Römer, die machen es jetzt auch nicht einfacher. Ne, das ist richtig. Ja, Leute, die leben in der Lichthaus? Ja, da leben welche. Wende mit Jessica. Mike. Hast du gerade hinter mir reingekommen? Hallo, verdammter Schatz, okay, hat auch noch irgendwas schönes, weiß klar, dann haben wir hier drei Autos und keinen kommen wir hier raus. Aber ich würde sagen, wir haben es erst mal, ich kann die Scheiben kaputt machen, doch es geht. Ja, weil du auch der Oberknallerhammer. Ich bin halt der Hammer. Ja, das war's, das war's. Time to say goodbye. Oh Gott, sehr glücklich haben wir nicht. Alter, du holst die Sonnenbrand, Baby. Fastiktüte. Gut. Äh, ja. Wie gesagt, Leute, wir cutten es irgendwie so, dass es irgendwie schon chronologisch vielleicht nicht so ganz passt, aber mal gucken. Nein, wir werden schon irgendwie cutten können. Wir können mal KK cutten können. Wird noch ein K. Entschuldigung. Jo, nee. Sollte nicht vergessen. Ist der Daumen um, kannst du uns gleich loben lassen. Irgendwas mal textliches mal unten, dass wir mal drauf antworten können. Einer fängt mit ein A. Genau, doch, wir machen mal einer fängt mit A an und dann mal gucken, wie weit wir ins Alphabet kommen. Willkommen. Mann, Alter, ich und Deutsch. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.